Herr Schuhmacher? Nee, hier ist Mathe. Wer? Morten. Ach, Morten. Ja, hallo, gut, dass du dran bist. Hier ist der Dieter. Der was? Der Herr Schnellstieg, äh, Dieter Schnellstieg. Der Vater von Manfred. Bogi. Manfred sagt außer den Lehrern keiner. Gut, offensichtlich auch noch sein Vater. Bogi hieß ja erst seit einem Pausenhof-Gespräch mit Udo Mönch. Habt ihr gestern Abend auch den Film mit Manfred Bogart gesehen? Hä? Na, den Film. Wie hieß der noch? Katablanca, mit dem Manfred Bogart. Sie hatten sich über Udo Mönch kaputt gelangt. Der heißt Humphrey. Humphrey Bogart, Vollhorst. Seitdem wurde Manfred Bogi genannt. Motte, bist du noch dran? Ja? Der Manfred, der Bogi, der musste leider ins Krankenhaus. Wieso denn Krankenhaus? Der war doch gestern noch ganz normal in der Schule. Oh.